Egal ob Public oder Private Cloud. Containerisierung oder Virtualisierung. Suchen Sie Unterstützung bei diesen Themen, sind Sie bei uns auf jeden Fall richtig. Denn wir bei B1 Systems sind Linux-Spezialisten und Experten für nahezu alle Open-Source-Themen. Seit 2004 bieten wir Ihnen das Komplettprogramm. Von Konzeption und Aufbau über Consulting bis hin zum gesamten Betrieb und Support Ihrer IT-Landschaften. Ergänzend schulen unsere praxiserfahrenen Trainer Ihr Team remote oder vor Ort. Unsere Kunden sind Behörden, Mittelständler, DAX-Unternehmen und internationale Konzerne. Die Lösungen, die wir für Sie erarbeiten, sind genauso individuell wie unser Team selbst. Als unabhängiger Berater finden wir gemeinsam mit Ihrem Team die für Ihre spezifischen Anforderungen passende Lösung. Wenn Sie den Betrieb Ihrer IT teilweise oder komplett auslagern wollen, gar kein Problem. Sie können sich voll auf unseren Managed Service und Support verlassen. Wir bieten Reaktionszeiten ab 10 Minuten und Supportzeiten von 8x5 bis 24x7. Oder Sie mieten sich mit Rent-in-Admin genau die Unterstützung, die Sie brauchen. Mit B1 Systems holen Sie sich immer das komplette Know-how unseres Teams ins Haus. Fast so, als ob das gesamte Team mit über 140 Leuten vor Ort wäre. Durch starke Partnerschaften bieten wir unseren Kunden direkten Zugang zu den aktuellsten Entwicklungen. Bei B1 Systems bekommen Sie das Rundum-Sorglos-Paket für Ihre IT. Seit mehr als 16 Jahren in Deutschland, auch in Ihrer Nähe. B1 Systems – die Spezialisten für Linux- und Open-Source-Lösungen.